Willkommen zu einem neuen Video und jetzt sind wir bei den Tränenvorzug-Bahn angekommen. Ich mache mal zum Zuhören und schlafen. Das ist die Tränenvorzug-Bahn. Wir zeigen, dass wir fahren. Hier fahren wir die Gölisch-Bahn, wenn man sehen kann. Hier ist Piraten-Bahn. So, jetzt gehen wir weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal.